ja leute was geht ab und herzlich willkommen zu meinem zweiten video auf diesem kanal ja leute ich weiß mein letztes video ist circa vier monate her beziehungsweise mein erstes video was ich hier auf diesem kanal veröffentlicht habe und ja das wird sich ab heute verändern denn ich habe den entschluss gefasst regelmäßige videos jetzt zu produzieren und hier auf dem kanal hochzuladen und ja ich wollte euch nur mal ein kurzes statement geben dass ich noch lebe obwohl ich nicht mehr abonnenten habe egal ja ich wollte euch nur kurz mitteilen was hier in zukunft kommen wird und zwar leute haltet euch fest das mitzug brutal geil ab märz 2018 leute schreibt es in euer kalender werden hier motorradvlogs voll geballert auf diesem kanal also wirklich leute ich habe so bock drauf ich habe so bock drauf hier videos zu veröffentlichen von motorradfahren fotografie weil ich fotografiere auch gerne also ich nehme mal so ein bisschen hinter die kulissen sage ich mal mit dann musik ich bin hobby dj und ja da würde ich euch gerne mal mitnehmen euch ein paar Sachen zeigen wie ich das so mache oder was ich so machen mit musik dann ich habe unten also ich bin jetzt hier was wir gerade sehen kann bin ich hier im wohnzimmer aber ihr werdet mich ihr werdet mich in nächster zeit unten im keller sehen nämlich da ist mein studio und ja da werde ich in nächster zeit auch die ganzen videos produzieren zum größten teil und ja dann habe ich noch geplant circa so in zwei wochen ungefähr kommt eine lieferung beziehungsweise habe ich was bestellt und da wäre ich ein bisschen mein studio auf hinten ne spaß beiseite da werden geile sachen kommen das werde ich aber noch in einem extra video euch zeigen und ja sonst wie gesagt motorrad musik studio und leute lasst euch überraschen auf jeden fall auf jeden fall wird es hier richtig geile sache werden wenn ihr ein bisschen dabei unterstützt wäre cool weil ich bin jetzt neu hier so in dem vlog wie soll ich sagen vlog swag move so ein scheiß wie gesagt ich bin ich habe jetzt noch nicht so viele videos gedreht wo ich so jetzt hier in die kamera spreche aber das wird sich hoffentlich in nächster zeit ein bisschen bei mir auflockern weil am anfang ist man ja ein bisschen so was soll ich vor der kamera sagen oder was mache ich jetzt vor der kamera oder muss ich mich verstellen oder wie rede ich gerade aber nein genau das ist das problem das muss ich auch noch lernen ich muss einfach so sein wie ich bin also ich bin zwar jetzt noch ein bisschen angespannt aber das wird sich wie gesagt hoffentlich in der nächsten zeit ändern und ja also wie wie gesagt leute seid gespannt was hier in nächster zeit kommt aber leute schreibt euch in den kalender 2018 im märz wirklich im märz da wo die motorrad saison wieder beginnt wird sie explodieren also wirklich das wird pervers geil und genau also so zu meinem motorrad und alles wie gesagt es kommt dann alles im sommer also was heißt sommer im märz schon wenn ich wieder starten kann und ja sonst leute würde es mich freuen wenn ihr mir ein bisschen unterstützen würdet unten in die kommentare paar tipps oder tricks oder positives oder auch negatives feedback geben würdet damit ich weiß hey was kann ich verbessern was ist was ist gut was wollt ihr sehen und ja leute das war schon das ist zwar ein kurzes video aber ich wollte euch nur kurz ein lebenszeichen von mir geben und damit würde ich auch sagen leute ich wünsche euch viel spaß einen schönen abend und dann sehen wir uns ich denke so am wochenende ja am wochenende werde ich mal ein kleines video drehen ja ihr könnt es gerne hier unten abonnieren wenn ihr bock habt und ja das war es jetzt leute ich halte euch nicht länger auf wir sehen uns beim nächsten video mein name ist bis zum nächsten video leute